Ja Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video und damit herzlich willkommen zu Lethal Company zusammen mit Wow Dem aller Oh mein Gott Jetzt redest du Ne ich mach kein Intro Wow Schauer, dann mach das Intro, du redest mir immer rein Tschuldigung, mach das Du hast zweimal herzlich willkommen gesagt Was war das? Ich sag immer herzlich willkommen zweimal, weil das einfach lieb ist, wenn man Merkt ihr das Leute, wie ihr mich schon wieder frontet, der Bro Also, willkommen zu Lethal Company zusammen mit diesen zwei Ich fühl mich unwohl in diesem Schiff Schauerland, kannst du bitte einfach die Luke aufmachen und ihn in den Weltraum saugen lassen Ich hab keine Lust mehr Schauerland, guck mal, hier liegen ein Schnittlaufen worden Die können wir schon mal mitnehmen Schau mal unsere Quota, wir können beim letzten Mal weitermachen Habt ihr das den Leuten schon erzählt? Nein, haben wir nicht Ja, bei ihnen nicht Ja, nö, ich hab einfach zweimal herzlich willkommen gesagt Das war schon genug Ich mach mal den Schrank hier auf Oh, guck mal, was im Schrank ist Guck mal, was im Schrank ist Guck mal Gar nichts Ach, Junge, du Ich dachte, es ist wirklich was drin Du dreckiger Was, du, was, was Was, was Ich zeig auf dich Können wir unsere Spitzen aneinander halten? Äh, warte, ich probier's So, komm, wir landen jetzt Es geht nicht, ne Nicht möglich Warte, warte, warte Oh, Junge Was war das denn? Übelster Leck Julfa will hier ein bisschen rumfingern Warte, wir müssen Julfa Julfa, hier, warte Warte, wir müssen ja Taschenlampen bestellen Zieh an meinem Finger Zieh an meinem Finger, Julfa Okay, warte Oh, Junge Warte, ich Was ist das für ein Geräusch? Keine Ahnung Keine Ahnung Ist gefährlich hier Möchtest du auch jemanden Schlüssel? Komm mal von dem Computer jetzt da weg Was du Fick, da ist ein scheiß Riese im Wald Was ein Riese? Ich bleib beschimpft, ich gehe den Scheiß, gehe ich raus Macht doch einen Kack selber Wo ist ein Riese? Wo ist ein Riese? Hinten, dann zört ihr nicht die Schritte? Oh mein Gott Ähm Da hinten in meine Richtung Guck ihn dir an Schau ihn dir mal an Ich bestell, ich bestell Oh oh, er kommt Flieg weg Flieg weg Er kommt Flieg weg Nein, nicht flieg weg Fliegen Mich wegfliegen Lass mich rein Schauerland, schnell rein Schnell rein Oh mein Gott Oh mein Gott Können wir wegfliegen? Er hat ihn aufgegessen Er hat ihn aufgegessen Nein, nicht fliegen, nicht fliegen Starte das Schiff Hör auf Wenn wir fliegen, verlieren wir sofort einen Tag Lass es Wir müssen warten, bis der weg ist Wir können die Quota doch nicht erreichen Wenn wir direkt abheben Ja, schrei mich nicht so an, du Schrei mich nicht an Mann Er hat ihn aufgegessen Hast du es gehört? Zwei Minuten Zwei Minuten auf dem Planeten Lass es wieder fliegen Ja, er hat einfach Schauerland gesnackt, Mann Ich bestell mir jetzt erst mal eine Taschenlampe So Yo, der hat zwei riesige Augen Guck ihn dir mal an Was haben wir denn hier? Flashlight Oh mein Gott Ich sprech schnell ein Gebet für Schauerland Confirm Meinst, er ist tot? In spiritu sang Alter Junge, ich hab gehört, wie er ihn weggesnackt hat Er hat ihn aufgegessen Ich hab's auch gehört Da kann man leider nichts machen Und das Schlimmste ist Ich bin schuld Ich bin schuld, weil ich vor lauter Angst die Tür zugemacht hab Ja, einfach nicht so viel Panik Du kannst doch reinhören Der kommt doch nicht hier rein Der steht zu groß Das wusste ich ja nicht Sein Tod geht auf mein Konto Mann Schauerland, wenn du das hörst im Himmel Es tut mir sehr leid, Mann Bro, ich lieb dich Ja, okay Oh, meine Taschenlampe ist da Ach ja, super Ja, dann geh mal raus Der Rieser ist auch noch da Ja, natürlich ist der da Was denkst du denn? Ich dachte, er ist weggegangen Hab mich nicht mehr gesehen Aber Wir müssen Schauerland wiederholen Ja, warte Wir könnten hier das mal abheben Wenn die Dann schnitt die Corona Junge, ich verstehe kein Wort Mach mal deine Bambusleitung gut Deine Internetleitung ist voll kacke Ich hör dich gar nicht Ich hab Ruhe jetzt Ich hör dich auch nicht Ich hab gesagt Wenn wir jedes Mal direkt abfliegen Schaffen wir nie die Quota Deswegen haben wir beim ersten Mal Es reingekackt Immer wenn was schiefgelaufen ist Sind wir sofort geflogen Das können wir nicht immer machen Gut, aber wenn wir sterben Ist halt auch kacke Also was ist jetzt besser? Sterben oder? Ich geh nicht raus in den Wald Du kannst da Mach halt was du willst Ich geh raus Du gehst raus? Oh Okay Dann Ja, dann wünsche ich dir viel Freude Dabei Viel Erfolg Der ist nicht da Ich glaub der ist Wo ist denn überhaupt Die Taschenlampe gelandet? Er geht weg Er geht weg Der kämmt hier ein bisschen rum Ich weiß nicht wo die Taschenlampe ist Gut du hast ja eine Ich brauch keine Dann gehen wir mal Wo scannt man nochmal? Ich hab's vergessen Oh 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 Er hat ihn Nein, nein Oh Gott Junge Ich glaub es gibt mehrere von denen Ja, ich flieg jetzt hier weg Deine Quota interessiert mich nicht Mann Mach die Tür zu Flieg weg Hab's ja gleich gesagt Flieg weg Ist mir auch egal Du hast recht Ich bin zu dumm hier Kackplanet Was ist das für eine Kacke, Mann? Wer hat einen Riesen bestellt? Es ist echt Kacke rauszugehen, wenn Riesen da sind Du hattest recht Alter Zeit, die Lichter auszuwachen Nein, mach wieder an Mach an Ja, ich seh nix Recharged Batteries Hä? Coil Mach mal an Ja, da kannst du deine Ach so Da kannst du deine Taschenlampen rechargen Ach, guck mal an Das wusste ich gar nicht Coil Employee rank Schauerland ist back Schauerland Warte, wenn ihr das noch einmal macht Dann dreht ihr euch sowas von in den Arsch Was denn? Detox Du hast mich den Mach erstmal das Licht an hier Wo ist dein Lichtschalter? Ich will den Schalter nicht Oh mein Gott Junge, was ist das hier schon wieder für eine Folge Ganz ehrlich Warte, hier, warte Es wird schleifst Ja, er hat ihn Okay Detox, wenn du Wenn du Das noch einmal machst Dann, ja genau Knie nieder Mund schön weiß auf Ja, nein Moment mal Aber es tut mir leid Ich hab dir ja schon im Gebet gesagt Dass es mir leid tut, okay Aber Tjolf war der sture Hund Der wollte auch nicht Ich hab, dass er nicht weitergemacht hat Ich kann nämlich voten Alle, die tot sind, können voten Und das Schiff eher abfliegt Ja, ich weiß Und da ich nur einer bin Hab ich hier Diktatorship gemacht Und hab dafür gewartet Dass das Schiff in einer Stunde abfliegt Werd ihr also rausgegangen Hättet ohne mich gespielt Dann hättest ihr euer Schiff verpasst Ich hab die Warnung gekriegt Als ich rausgegangen bin Ja, aber das ist ja kacke Wenn wir Tage verlieren Schaffen wir die Quota nicht Wir müssen ein bisschen aufpassen Ja, dann dürft ihr mich nicht ausschließen Wenn draußen scheiß Riese ist Ja, das war ja keiner Ja, das sagte er Der letztes Mal Tjolf ausgeschlossen hat Auf deinem Anzug steht Paktikant Auf deinem Anzug steht Paktikant Ich hab das schon angew... Wir sind doch schon da Experimentation Also, das war ja mal ein richtig komischer Planet Das hast du gemacht Vor allem sind jetzt zwei Schlüssel weg Die zwei Schlüssel sind weg Hat der Riese mitgefressen Hattest du die? Beide Schlüssel hatte ich Ja, natürlich Warum hast du denn beide Schlüssel genommen? Ja, weil kein anderer den anderen Schlüssel genommen hat Es regnet auch noch Was willst du denn mit zwei Schlüssel? Ja, vielleicht schon mit zwei Schlüsseltüren Man hört sich nicht Oh, nicht schon wieder Blitz und Donner Ach doch, nee Wir haben vom Scheißblitz getroffen Das kennen wir ja schon Ich seh, komm, ey Höfermann, hört dich nicht Wenn du so weit weg bist Hallo? Alter, eine Taschenlampe Brauchen wir auch nicht Das ist nicht gut da drin Ich seh es schon wieder kommen So Systematisch nutzt, okay? Junge, hier ist es so dunkel Ich hab einen Schlüssel Wir müssen reich werden Ich geh geradeaus Wo seid ihr denn eigentlich? Keine Ahnung Also ich hab ne Schraube Ja, sehr gut Riesenteil Ähm, was ist das hier? Was ist was? Hä, der Raum ist irgendwie strange Ich kann mir nicht helfen Welche Hier, der Raum Alter, warum seid ihr so bodenlos laut bei mir? Ja, du musst auf Tab neu einstellen Hab ich auch gerade gemacht Ja, ich hab gerade schon gemacht Hey, der Raum hier ist richtig strange Also Der sieht echt komisch aus Na gut Wo bist du denn? Ja, weiß ich nicht Keine Ahnung Alter Alter Oh mein Gott Alter Was? Ihr dürft keine Metall... Oh, hört mal zu Ich lass es mal hier Ihr dürft keine metallischen Gegenstände draußen ablegen Ich hab keine Warnung gekriegt Entschuldigung, du lagst bei mir Ich versuche nur meinen Job zu machen Dein Internet ist schlecht, Detox Ja, ich glaube auch, dass es schlecht ist Warum ist hier nix? Weiß ich nicht Aber der Gang geht hinten noch viel weiter Okay, guck mal da Immerhin sind hier schon mal keine Monster Das ist ja schon mal positiv Was? Desto länger wir hier sind Desto mehr Monster kommen Und desto schlimmer werden die Ah, okay Oh, guck mal Das ist ein Funkgerät Dass wir mal über die Ferne kommunizieren können Weil da kann nämlich einer im Schiff bleiben Ja Und wenn ich eine Karte Wirklich, wirklich demnächst mal anfangen Oh, da und Da hinten Weil diese Türen hier Könnte jemand vom Schiff aus öffnen Echt, oder? Ja Okay For real, for real Die kann man öffnen Ja, vom Schiff aus Leise, leise Leise, leise Leise Ich hab hier irgendwas gehört Hörst du das? Hier quietscht was Nö Ihr quietscht nicht Ja, ihr seid ja auch nicht leise Ich sag, ihr seid leise Und die laufen weiter Oh mein Gott Wir werden recht Nee, wir werden aufgegessen Du hast deine Rechnung nicht bezahlt Wir werden aufgegessen Ich seh's kommen Ey, wir müssen die Türen öffnen Ja, dann brauchen wir ein Funkgerät Wenn man sowas fallen kann Ja, dann sollten wir mal die Items zurückbringen Und mal ein Funkgerät kaufen Ja, genau Wir gehen zurück zum Schiff Und machen die Türen vom Schiff aus auf Okay Und tragen die Items Okay, das soll funktionieren, oder? Ja Was ist das? Wir sind in den Backrooms Wir sind in den Backrooms Ja, ich sag ja Das ist der Raum Der so strange ist Das ist dieser komische Raum Mega creepy Wie geht's denn hier aus? Ja, hier Hier lang Oh Und wir sollten trotzdem auch diese Bienen mal Wenn ihr die Warnung kriegt, legt es hin Ja, das war's Ähm, der ist tot Jo Kannst du das Ding mitnehmen? Das gibt's nicht Kriegen Nervenzusammenbruch Er hat's hingelegt und dann ist er explodiert Einfach Er war einfach weg Hinlegen und muss auch ein Stück weggehen, Mann Ja, jetzt geht's los hier gleich Das gibt's einfach nicht Ich Das Spiel ist Das ist unfassbar, Mann Das Spiel ist so dumm Er redet noch Guck mal Da hinten liegt meine Leiche Er schaut sich um Da liegt meine Leiche Ja, Junge Ja, wer ist das? Das bin ich Oh mein Gott Bro, du kriegst ja gar nichts Ist das die Jobs? Geh doch wieder rein, du voll Idiot Was macht ihr denn jetzt? Wenn er jetzt getroffen wird Er zeigt auf mich Was macht er denn? Jetzt stellt er sich auf den Bär Geh auf, Julfa Der will einfach getroffen werden Ich kann nirgends Achso Oh Junge, ich kann nicht mehr Ich kann nicht mehr Ich mach dann die Güte Ich mach dann die Güte Wir kriegen diese Wir kriegen das niemals zusammen Wir werden so sterben am Zahltag Oh Junge Du musst jetzt starten Ja, da ist er doch Oh mein Gott Der laziest employee Ich kann nicht mehr Ich hab das Ding gerade abgelegt Dann wurde ich vom Scheißblitz getroffen Ja, und ich Und du sagst zu mir noch Ja, so und so Und dann auf einmal macht's bumm Und ich flieg weg Und dann siehst du mir niemal Meine Leiche Und dann hast du am Ende Über meiner Leiche gestanden Ja, ich hab doch deine Leiche dann gesehen Ja, ja, aber so dumm Mich hat's über dich weggeschossen, Mann Ey, wir haben nur noch einen Tag, Leute Wir müssen jetzt echt dranklotzen Wie viel Kohle haben wir? Es ist aber möglich So viel zu kriegen auf einem Plan Wartet, wartet, wartet jetzt Wartet jetzt Also wir brauchen auf jeden Fall jetzt Funkgerät Ein Funkgerät Zwei reichen ja, oder? Funkgerät Und eigentlich muss eine Person im Schiff bleiben Ja, walkie-talkie, oder was? Ja, genau Drei Stück Nee, zwei reichen doch Das ist doch nicht schlecht Drei Was ist, wenn wir uns in der Basis mal trennen? Okay Ich stelle mal drei Und dann muss irgendwer in der Base bleiben Ich hab keine Ahnung Ja, eine hab ich schon bestellt Ja Ich check schon mal die Lage Wie's dir so ist Alles klar So, das zweite ist bestellt Nein Ich hab noch eins Ich gucke, ob die Bestellung kommt Alles klar So, das dritte ist auch bestellt Okay, sehr gut Da ist es Ich hab eins Okay Wie benutzt ich denn das? Aber muss einfach nur in der Hand haben Keine Ahnung Wahrscheinlich in der Hand haben Das werden wir gleich ausprobieren Aber erstmal muss hier das nächste kommen Achso Hier liegt hier Ah, hier liegt noch eins Das ist cool Hey Boys Wo ist es denn? Man muss es anmachen Wo ist das dritte? Okay Okay, mach das Aber wir brauchen noch eine Taschenlampe Schauerland, kannst du noch eine Taschenlampe bestellen? Meinst du, da reicht eine? Ja, eine reicht, oder? Deswegen meinte ich ja Zusammenbleiben, ein Funkgerät und ein Taschenlampe Hallo? Schau, ich rede mal ins Talky-Walky Schau, ich rede mal Walky-Talky Du musst es auch anmachen Ja, ja, ich hatte es nicht an Ich bin so auf meinem Auge Ich glaube, das verbraucht auch Sturm Wir machen es am besten auch zwischendurch mal aus So lange, wie wir es jetzt noch nicht brauchen Ja Okay Ja gut So, Schauerland, wo ist die Taschenlampe? Die kommt, ne? Hast du jetzt nur eine? Ja, eine reicht doch, oder? Musst du die nehmen? Ne, nimm du ruhig Okay, gut, alles klar Ja, ich kann halt dann kleine Items nehmen, aber Ja, alles gut, das mache ich dann Ähm Ich dachte, wer bleibt drinnen hier? Wer bleibt jetzt im Schiff? Ja, Schauerland bleibt drin Ich bleibe im Schiff Okay, ja, dann lass reingehen Schauerland, der aller echte Aethiler Alles klar Aber eine Frage jetzt Tjulfo, du hast dich ja scheinbar ein bisschen mehr damit beschäftigt Ähm, jetzt ernsthaft Kann man auf dem Planeten nur in diesem Gebäude was finden? Ne, oder? Also, es gibt doch hier bestimmt mehrere, oder? Oder nicht? Okay, so habe ich mich nicht damit beschäftigt Ich habe nur geguckt, was die Items machen und was die beste Strategie ist und so Weil, ich denke mir, es gibt doch Das Ding ist Ja Die Maps sind ja immer, jedes Mal, wenn wir landen, sind die Maps neu generiert, ne? Also, die sehen jedes Mal anders aus Ja, okay, also, ja, im Grunde genommen Also, so viel anders, finde ich, schauen sie nicht aus Aber es ist auf jeden Fall möglich, das, was wir jetzt noch an Geld benötigen, hier zu finden Okay, ja, dann Das ist machbar Dann schauen wir mal Okay, alright, lass uns mal ein bisschen taktisch vorgehen Machen wir erst mal den linken Schaui, bist du auf Position? Okay, pass auf Äh, das musst du da machen, wo du auch in Shop Sachen bestellst und so Da musst du irgendein Command-Modul finden Wo du dann Open, Open Tür 01 und so eingeben kannst Also, ich höre ihn nicht, wenn du sprichst Warte, lass nicht da reingehen Ne, 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 nicht da Nicht da Wir gehen erst mal dahin, wo es Licht ist, okay? Ja, okay, geh du vor Ah, toll Ja, ja, da war's Oh, ich habe ein Candy gefunden, Bro Nein, nein, die Türen siehst du Ähm, auf der, auf der, auf der Map siehst du die Türen Wir sehen die nicht, die Nummern Ne, ne, ich sag dir Bescheid, wenn es soweit ist Aber du kannst uns ja auf dem Bildschirm auch tracken Funktioniert das? Okay, perfekt, perfekt Klar, äh, wir sagen Bescheid, wenn wir was sehen Okay Entschuldigung? Ja Ich habe einen Fisch und ich habe einen Candy Guck mal, ich habe einen Lolli Ja, was denn? Okay, also ich habe keine Itemslots mehr, ne? Ich habe gar keinem auch verstanden, weil die Tox im Reden war Ich höre Schauerland nicht, wenn du mit ihm sprichst Nimm doch deinen scheiß Walkie Talkie raus Ich habe eine Tastenlappe in der Hand, Mann Ja, lasse ich dich halt im Dunkeln Ey, habe ich dir schon mal gesagt, Schauerland, dass die Chulfa mich nervt? Wie soll ich was verstehen, wenn die beiden gleichzeitig reden? Das funktioniert ja gar nicht, wenn die beiden gleichzeitig reden Wir müssen jetzt hier Items drin Ich lege dich versehentlich weg, das wäre ja schade Seid mal leise jetzt Ja Seid mal leise Was ist hier? Keine Ahnung Nix drin? Oh Mann Ja, da ist auch nichts, Tote Hose ist hier So viel zum Kippen Ist noch ein Schrank? Oh Gott, mein Herz, Alter Hier ist gar nichts Tote Hose, Alter Mach dich nicht verrückt, wir haben noch genug Zeit Es geht ja nicht um die Zeit, sondern darum, dass wir nichts finden Doch, es geht um die Zeit So, lass mal hier reingehen Hier habe ich ein ganz schlechtes Wenn du nicht abfliegen, fliegt das Schiff ohne uns Ich habe hier ein ganz schlechtes Gefühl Ich sage dir, wie es ist Alter, warum ist hier oben so Boah, hier ist alles Oh, Junge, nee, das ist ekelhaft hier Du hast die Lampe Ja Oh, da ist irgendwas drin Ja, ich weiß Da ist irgendwas drin im Raum Ja, das müssen wir erstmal ausmachen da Kann das Schauerland auch ausmachen? Ich weiß nicht, aber ich weiß nicht Oh, das ist ein Monster Da, wo ihr rein wollt Das ist ein Monster Ganz viele Okay Die kommen auch nicht zu Geht da nicht raus Ich habe ja gesagt Ich finde das nicht so gut hier Ja, alles klar Kannst du die Monster Auch sehen Einfach auf der Web Ja, ich sehe die als rote Punkte Genau Also da nicht rein Da ist es voll Ansonsten sieht es safe aus Aber es ist auch eine versteckte Tür Irgendwo C1 steht Hast du aber gesehen Ob da, wo die Monster drin sind Ob es dahinter Wie groß ist der Raum dahinter? Ist das viel oder wenig? Ja, doch Ziemlich groß Würde ich sagen Ja, weil dann kann ja da Potenziell auch Stuff drin sein Das wird sicherlich so sein Aber wie kommt hier ein Monster vorbei? Also die sind auf jeden Fall sehr flink Kannst du Den Diese Pipe reparieren Vom Schiff aus Das geht nicht, oder? Dass du diese Diesen Diesen Rauch oder so deaktivierst Keine Ahnung Ja, hier ist alles voller Dampf Und hier Ja, doch Da kommt was Da kommt was raus Okay, ich bringe jetzt erstmal Die Items aufs Schiff Ich hab sowieso keinen Platz mehr gerade Ich bringe die Items mal Aufs Schiff, Tjolfer Du schaffst das schon Auch ohne Taschenlampe Kriegst du das gut hin Alles okay? Wo seid ihr? Ich hab's rausgeschafft Ich hab's rausgeschafft Ja, der kam aber raus Und hat die Tür gehöftet Aber es ist nur so ein kleines Mist Das ist nicht so schlimm Es ist jetzt dunkel draußen Okay, dann komm Da hinten ist noch ein großer Turm Ich bringe jetzt Tjolfer, der Plan ist Ich bringe jetzt die Items ins Schiff zu Schauerland Und dann gehe ich auf den Turm Vielleicht finde ich da wieder ein Tape Ich weiß nicht, ob man da was finden kann Aber du kannst kann man gucken, ja Du hast einen Lallye gefunden Und einen Fisch So, ich gehe jetzt mal zum Turm Ja, ich gehe jetzt mal Ich gehe jetzt mal zu dem Turm Keine Ahnung, ob das klug ist Hier ist zumindest Schau, ich kann mich sehen Auf der Map Ja, ich kann euch sehen Ich bin gerade im Shop unterwegs Ich gucke mal, ob man irgendwas zum Rohre reparieren findet Ja, okay, alles klar Falls ich sterbe, bin ich tot Ja, du bist jetzt wieder Du bist jetzt wieder bei den Monstern Aber da gibt es definitiv Loot, denke ich mal Also da steht C1 Also da sind so C1 Und das ist keine Ahnung Da sind halt irgendwelche Codes So grün leuchtende Ich weiß nicht, ob das Also wenn du jetzt reingehst Direkt vor dir ist so ein Fisch Ja, ja, ich höre das Ding auch Es ist mega, mega kacke Da kann ich halt Bring mir jetzt halt nix da rein Auf dem Turm war nichts Ich mache jetzt eines Tschulfa, ich schaue jetzt mal Ob ich irgendwie eine Waffe Oder so eine Schockgranate kriege Oh, fuck Hier ist ein T-Rex Alter, hier ist ein fetter T-Rex Oh, okay Oh, scheiße, Tschulfa Hier ist ein T-Rex Sieht aus wie ein Fisch und ein T-Rex Oh Direkt vorm Schiff Was kann man hier machen? Charge Item Sehe ich gar nicht Ich kann das super mal sehen von hier Ja, ne, ne, ne Geh nicht zum Schiff Geh nicht zum Schiff Ohne Witz Das ist ja super Man kann hier Man kann hier die Funkgeräte wieder aufladen Oh ja, ich sehe das Fisch Ich sehe es Ich sehe es Oh, oh nein Hör, 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 hör Was zum Teufel Warum ist das Fisch im Schiff, Mann? Oh mein Gott Junge Tschulfa? Wo bist du? Ja, ich lebe noch Ich bin oben auf der Bauer Ja, ich bin im Schiff Ähm Die Viecher sind ins Schiff gekommen Und haben im Schauerland aufgegessen Oh, scheiße Pass auf, Tulfa Ich habe eine Granate bestellt Kommst du da hin? Ne, die sehen jetzt Die Dinger sind blind Die werden von Sound angezogen Die sind jetzt alle da Ah, Mist Okay, da ist eine Stun-Granade drin Die würde die stunnen Das ist kacke Bist du noch da? Tulfa Tulfa, hat es dich erwischt? Ich glaube, dich hat es erwischt Oh, Junge, 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 Junge Ich glaube, das Schiff hebt ab Ach du meine Güte Schauerland Oh Gott Ja, okay, gut Aber immerhin Schauerland Ich nehme dich mit, ja Okay Ich glaube, Tulfa hat es erwischt Tulfa hat es erwischt Tulfa, falls du mich hörst Ich habe dich zurückgelassen Es tut mir leid Okay, Bro Scheiße, da liegt Schauerland Den hat es übel erwischt Ja, ja Ich weiß nicht, was dich erwischt hat Aber ich habe dich auf einmal nicht mehr gehört, ey Mist Ja, mich hat so einen Wurm erwischt Ich war gerade neben dem Schiff Und wollte rein Ich hatte es walkie-talkie ausgemacht Weil die Viecher von Sound gelockt werden Weißt du? Ja Und so was von jetzt wieder sterben Weil wir zu wenig verdient haben Na ja, schauen wir mal Wir müssen, wir müssen Wir müssen Jetzt ist es Saaltag Wir müssen los Ja Das Viech hat einfach Ich weiß nicht, wie der jetzt die Tür aufgemacht hat Kann man die Tür von außen vielleicht aufmachen? Eigentlich nicht Nee, eigentlich nicht Ich weiß nicht, wie das reingekommen ist Schau mal, weil vielleicht reichen die Sachen Aber die Tür war definitiv auf Schauer, boi Nimm mal dein walkie-talkie Das liegt hier Es kann aber sein, dass wenn man auf dem Wenn man gelandet ist Weil wir haben hier Türhydraulik 100% Dass die Tür nicht ewig zu bleibt Das kann sein Ihr könnt hier übrigens landen, ne? Ja, ja Und äh Hat Tjol vorhin schon gesagt Sehr schön Ja, ich hab jetzt eh nichts mehr Weil ich alles verloren habe Okay So, wir können landen Ich nehme hier den ganzen Scheiß So Willst du, bist du bei der Okay Bist du bei der Company? Jo Habt ihr alles, habt ihr alles genommen? Ich hab alles, ja Habt ihr noch was? Ich hab nichts Ja, wo ist der Lolli und so? Hast du nicht den Lolli? Ich hab alles Ich hab gar nichts Ich hab gar nichts Ich leg das dem Hoshi jetzt auf den Tisch Und dann gucken wir mal Naja, schlimmer wie sterben können wir eh nicht Wir werden eh sterben Wir werden wieder ins Weltall geschmissen Weil wir zu wenig mitgebracht haben Geh weg, nicht, dass er dich wieder aufisst Ja, ja, ich, 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 ich passe auf Ich holfe, lass es Nicht so viel Rüdiger, nicht so viel Meint ihr, der wird nicht so tief, Rüdiger Meint ihr, der wird sauer? Ja, das kann schon sein So Okay, okay Erd ist genommen Geht schnell zum Schiff Was haben wir gekriegt? 84 Oh mein Gott Das ist unser Todesurteil Oh mein Gott Kriegen wir nicht noch einen Aufschub? Wir hatten es auch gar nicht leicht Oh Mann, ey Das ist denen egal, du Das ist das Kacke, ey Ja, wir sterben eh Ich lass Tjulfa hier Was? Ja, was denn? Hier ist eine Luke Eine Luke? Guck mal, hier ist eine Luke Oh nein Was zum Teufel Was ist das denn? Alter, wir sind wie auf so einer Ölbohrinsel oder so Vielleicht gibt's die Loot Vielleicht können wir dem Tod entgehen Ich meine, jetzt können sie uns Hier ist ein Datachip Ist was ein Datachip Found Journal Entry Sound Behind Ja, sowas habe ich auch schon mal gefunden Das musst du in den Computer tun Ja, ich glaube, das kannst du einlegen Jürfers erwischt Warum? Der ist hier über Bord gesprungen Das war's Warum macht er das? Ich weiß es nicht Keine Ahnung Ja, okay, ich kann dir das Ja, leg den Datenschip mal ein Aber wahrscheinlich, weil es besser ist Hier zu ertrinken, als im Weltall zu sterben Weil im Weltall Im Weltall explodiert ja deine Lunge, deine Augen, alles Und dann frierst du auch noch ein Das ist ziemlich eklig, der Tod Also Meinst du nicht, du frierst erst ein? Ich weiß es nicht So, wo legen wir jetzt diesen Datachip ein? Ich dachte hier irgendwo Äh, ich hab den gar nicht mehr Wie, du hast den nicht mehr? Ich hab den gar nicht mehr Okay, dann begehe ich jetzt Selbstmord Nein, 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 warte Vielleicht gibt's hier noch mehr Steakins Nee, glaube ich nicht Lass doch mal gucken Nee, das glaube ich nicht Vielleicht gibt's hier noch irgendwo Irgendwo, wo man irgendwo runter kann Wer rennt denn hier rum? Jo, hier Bist du das? Ja, ja Achso Was ist das hier? Die Leere Ja, hier wird's auf einmal so komisch ruhig Das ist echt cool hier Ich find's nicht so cool Ich scanne mal Das ist ja riesig hier Das ist das Lagerhaus von dem Typen Ich glaube, hier ist nichts mehr Na, Schauerland Schön war's mit dir Aber warum solltest du das? Äh Ja, ich mach das nicht Ihr könnt mich mal Junge, sowas dummes Ja, was soll ich denn machen? Wir sterben doch eh Schön, alle in der Lobby rum Und ich guck mir hier weiter das Ding an Ich wollte auch Nur unten auf so ein Rohr springen Und bin auszusehen ins Wasser gesprungen Wollen wir denn mal ein Funkgerät? Hallo, hallo Ist irgendjemand hier? Kann ich mit dem Reich der Toten reden? Das geht unendlich Ja, guck mal, Schauerland ist verwundert Der hält sich an den Magen Okay, es gibt hier nichts mehr Es gibt hier nichts mehr zu sehen Ich hab keinen Bock zum Schiff zurückzulaufen Ja, ich hab ihn Au, Mann Ah Okay, so Aber Aber wir kommen Wir kommen besser rein in das Ding Ja, das muss man auch so sagen Wird schon Wird schon alles Tür, geht zu Wen Wen Wer soll jetzt eigentlich In den Weltraum geblasen werden? Niemand mehr Wir sind ja schon von Bord gegangen Nein, deadline now Oh, mein Gott Wir werden Junge, wir werden trotzdem rausgesaugt Das gibt es einfach nicht Das ist so eine So Kann man das vielleicht noch brechen irgendwie? Ja, wenn wir mich hier im Bett festhält Ich bleib einfach da Ah Kämpfst dagegen an? Nee, es ist vorbei, Jungs In die ewige Leere You are fired Oh, mein Gott Ist das dumm, ey Ist das dumm Neun Tage im Job Ja, 130 ist die Quote Naja, gut 130, wir fangen wieder von vorne an Jetzt pass auf Also, wir machen es jetzt so Walkie Talkies, ne? Achso Hier bestellen es ja dumm Sollen wir noch eine Runde machen? Ja, klar Oh Naja, müssen wir Sonst ist ein viel zu kurz das Video Ähm Okay, dann land ich mal Nein, warte, ich muss erst eingeben Oh, mein Gott Warte, 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 warte Kannst auf den Tod warten So Was denn eingeben? Wir sind doch schon hier Der beste Planet der Welt Oh, mein Gott Es ist der beste Planet der Welt Oh, da gibt es ein Bienennest Ich will das Bienennest klauen Katsching Der bezahlt eigentlich den ganzen Scheiß Ich Wollen wir das Bienennest holen? Das ist 100 wert Ja, 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 komm Ich lenke die ab, du heute Ähm Radarbooster Ja, ich hab Stungranate Lockpicker Oh, ich hab's doch nicht Kaufel Was macht ihr, Leute? Oh Oh, Mann Tjolfer ist schon wieder tot, oder? Nein, bin ich nicht Steh doch hier Au 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 Nein Ich hab die Funk gerätet 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 Ja Ich hab die Funk gerätet Ja, dann droppen wir eins Bitteschön Danke Ich will ja wissen, wie ich jetzt diese Kackbiene Ich werde die vernichten Ich werde die so vernichten Ah, warum liegt das Bienennest hier? Er ist tot Oh, ernsthaft jetzt? Ja Guck wie tot er ist Ja, ihr werdet auch gleich sterben, weil das Bienennest da liegt Ihr kommt nicht mal mehr ins Schiff Und er hat nicht mal das Bienennest mitgenommen Oh, shit Ey, du kommst, weil du nicht ins Schiff kommst Du, alter, du Wir holen einfach ein bisschen was Wir brauchen ja nur 130 als Kote Wir holen zwei, drei Sachen Dann geben wir wieder ins Schiff Genau Das muss reichen Und dann am letzten Tag Verkäuferisch machen Genau Junge Vielleicht können wir bei Abflug auch noch schnell das Bienennest holen Dann sterben wieder alle Ich seh's schon Ja, natürlich sterbt ihr Das ist dumm, wenn das Bienennest Die werden sterben Ich prophezei euch, Leute Die nehmen jetzt das Zeug mit Haben ein richtig neues Not gehend in den Schiff Und merken dann, warum ich gestorben bin Hast du dein Wort zum Hobby an? Achso Kann ich dir anmachen, warte Dann ist vorbei Ist so Ist einfach so Richtig dumm Okay, okay, ja Ich wollte nur nicht achten Du bringst es schon bis zum Schiff Deswegen Da ist nichts drin, ey Warum ist es denn hier alles verdammt? Ich habe hier unten dann auch noch so eine Schraube gefunden Also das haben wir auch schon, ah? Die sind gut, ja Ist es da geradeaus? Nichts mehr Alter, was ist denn hier los? Was ist das denn für ein Ja, ist irgendwie voll groß Ich habe ja auch noch voll den großen Raum gerade gefunden Nur ist nichts Dasselbe bei mir Hier ist einfach nichts Vielleicht treff Vielleicht treffe ich uns gleich wieder Nee, bei mir war das eine Sackgasse Ich komme rüber zu dir Du weißt doch gar nicht, wo ich bin, oder? Ja, bei mir war auf jeden Fall Sackgasse Deswegen komme ich auf jeden Fall rüber Weißt du was? Wo auch immer du bist Mach vorsichtig Direkt beim Eingang Ist irgend so ein Vieh Das sieht groß und böse aus Ich lebe immer noch Ich versuche jetzt mal zurückzukommen Okay Ich kann schauen jetzt gerade nicht antworten Weil Hände voll mit Items Lebst du noch? Ja, ja, ich trage die Sachen Ich habe die Hände voll Ich kann dir da nicht antworten Er tanzt Er tanzt Jetzt bin ich gespannt Er wird jetzt zu den Bienen gehen Oder zum Schiff und wird feststellen Wird feststellen, dass ich Bienen bin Ich bin auch blöd, ey Wegen mir sind die Bienen da Ja, genau Sie haben mich getötet Genau Und sie töten mich auch Ich habe es gewusst Du, alter Otto, alter Ich habe es prophezeit, dass jeder stirbt, der reingeht Aber die Sachen sind drin Ja, aber so bin ich auch gestorben Ja, das ist Ja, ich Ja, das Ah, Mist Oh Gott Er kriecht mit ihm Junge Er ist total lost Er weiß überhaupt nicht, wohin Junge, ist das geil Oh, der Ja, da ist ein Rad gefunden Und er weiß halt nicht, dass du jetzt tot bist Das ist so krass bei dem Game Ja, das ist halt ein bisschen Das Problem ist halt, ich war auch schon verletzt Weißt du, zwei Bienenstiche haben gereicht Da war ich game over Boah, hoffentlich findet der den Ausgang Und ich glaube, Schaui ist unverletzt Der muss nur reingehen und den Hebel ziehen Nee, der ist verletzt Ja? Ja Boah, das Ding ist am Eingang ist Wie nennt sich das? Wie Fampa oder so Ja Ganz räumiger Bastard, ich sag Oh 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 Das ist der Ausgang Hallo, hallo Ist noch einer da? Ich komme jetzt zum Schiff zurück Ja, er wird sterben 100%ig Boah, ich dachte gerade, ich stirb schon von den Spogen Oh Mann Oh Mann Hoffentlich geht er nicht drauf Kann man irgendwie nicht anders aufs Schiff Oh, oh Ja Der checkt das Schön, schön Schön rein Oh, er hat's geschafft Nice, okay Doch, er checkt das schon Er ist der Allerechte Let's go Wir liegen einfach beide Wir haben die Sachen Oh mein Gott Oh mein Gott Oh Gott Das sieht aus Ey Ey, was hast du denn da? Eine Schaufel Nice Mein Gott ey Mann, Mann, Mann Erstmal das Licht ausmachen Nein Ich hab die meisten Verletzungen Aber wir haben 87 Value eingesammelt Oh Mann ey Hallo Sehr gut Seid ihr etwa gestorben? Ja, wegen Bienen Ja Ja Aber ich hab die Sachen reingebracht Ja, das ist immerhin schon mal gut Sehr gut, wir haben alles Ich hab's geschafft, alles hier hinzuschmeißen, bevor die mich gestochen haben Dann lass uns mal weiterfliegen, oder? Leg mal alles in den Schrank, was man da reinlegen kann Oh mein Walkie-Talkie liegt auch hier, weil ich hier drin gestorben bin Ja, meins müsste auch hier liegen Also, in Zukunft immer im Schiff sterben, okay? Ja, 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 genau Falls ihr drauf geht, schleppt euch noch zum Schiff Genau Also nicht außerhalb des Schiffes sterben, bitte Das ist nicht gut Wir fliegen zu March Oh, was ist das schon wieder für Kackwetter? Aber ich hab's doch gut gemeistert, oder? Habt ihr das viel gesehen, was wir noch verreutert? Ich hab schon Ich hab Wir dachten, du stirbst Ja, ich hab zu Türfe gesagt Ich sterbe Ich hab gesagt, du checkst es nicht, dass da die Bienen sind Ich hab's auch nicht gecheckt, aber doch Du warst der Allerechte Ja Hat jemand eine Taschenlampe? Nö Ähm, warte mal, ich kauf nochmal was Hier sind Kicher, sie fliegen hier rum Oh, hier sind schon wieder Blitze Ja Ja Hm Dass wir wenigstens einer haben Ja, ich mach grad Ich hab übrigens ein Ventil Oh, das Gewitterfeder Ja Macht vorsichtig, Leute Ja Ich hab übrigens ein Ventil gefunden Habt ihr das gesehen? Ja Gegen die irgendwo Ihr konntet es aber nicht drehen Weißt du, warum? Ja, aber genau so einfach muss man zudrehen, wenn so ein Raum so dampfig und rauchig ist, weißt du? Ja, aber ich konnte es eigentlich zudrehen Boah, aber sollen wir hier? Uns trifft bestimmt der Blitzmann Meinst du, uns trifft der Schnark? Ich hol mal die, ich hol die Lampe Ich hol die Lampe Ich geh schon mal rüber zum Beispiel Ich hol die Lampe Ich hab die Lampe, ich komme Ist hier Wasser? Leute Hallo Leute, könnt ihr mich hören? Leute, könnt ihr mich hören? Okay, da sind wir irgendwelche Wie ist das? Hallo? Ja, wir sind drinnen Wir warten noch drinnen Okay Kommst du? Ich bin hier Aber warte mal Warum sind wir jetzt zu dritt hier? Wir wollten noch einer im Schiff, oder? Ja, gut, egal Ja, aber für die kleine Quota schaffen wir das nicht so Schauen wir mal Ich geh rechts rum, okay? Ich hab schon was gefunden Ich geh mit Schauer Ein Riesenmetallteil natürlich Oh, ich hab ein Liegst mal die Tür Oh, nice, okay Ich hab meine Hände voll Ich hab ein Kasten Bier gefunden Super, ey Richtig viel Lot Stell erstmal hier hin Okay, warte Ich geh wieder runter Ey, ich hab ne Miene gefunden Mach vorsichtig hier drüben Okay Okay Ey, hier ist alles voller Miene Wenn ihr rüberkommt, seid ihr Oh Ja, ich hab's grad versucht Hier ist ein Sicherungskasten Du hast nur das scheiß Licht ausgemacht Ist das immer noch aus, oder was? Was? Ist das Licht bei euch noch aus? Ja, ist das an oder aus? Ja, jetzt war's wieder an Ja, okay Ähm, Leute Oh, ich bin in so einen richtigen Scheißraum gelaufen Leute Ich hab ein Maschinengewehr gefunden Pass auf, pass auf, pass auf Oh Da ist ein Maschinengewehr Geh da nicht hin, Schauerland Ich bin hier schon drin Geh nicht rein Tjulfa Ich glaub, Schauerland ist tot Okay Okay, ich muss den Loot auch wegbringen Schauerland Schauerland Ich glaub, das Vieh hat ihn aufgegessen Ja, hier im Eingang liegt Loot Aber pass auf, das Vieh auf Ich lauf zurück zum Schiff Und bring den Loot zurück Und hoffe, dass ich nicht getroffen werde Hier blitzt es wie Sau Alles klar Das Vieh ist am Eingang, sagst du? Ja Okay, Roger, Roger Ich bin vorsichtig Und draußen sind so komische Fliegeviecher Ja, ich glaub, die machen aber nichts Ja, bin ich mir nicht sicher Ja, am Eingang, wie gesagt Das Loot Ja, hol das Hol das Soll ich nochmal kommen? Weil ich glaub, da liegen zwei schwere Sachen Ich komm nochmal zurück Ja, ich weiß Wir müssen schnell sein Bist du noch da? Ja, ja, ich bin noch da Alles gut Tjulfa, hab ich dir schon mal gesagt Dass ich dich liebe Wo denn? Der ist direkt am Eingang Sei vorsichtig, wenn du reinkommst Oh, das ist scheiße Wenn ich leise, das scheiße Kannst du ihn weglocken? Kann ich versuchen Aber das macht ja keinen Insta Ich stehe halt direkt vorm Eingang Schauerland, warum startest du schon wieder das Schiff, Mann? Wir haben den Loot Oh, Junge Doch, warte Hier unten ist Hier unten ist Guck dir an den Dreckigen Irgendwo ist das Irgendwo ist das Bier noch Irgendwo ist das Bier Ja, egal Das reicht Komm Ja, okay Schauerland hat schon wieder das Schiff gestartet Dieser ungeduldige Mopsmann Tjulfa? Oh, ich bin links rumgelaufen Wir treffen uns beim Schiff Ja, okay Mach vorsichtig Hier ist wieder so ein Riese Mach vorsichtig Wenn du zum Schiff kommst Oh nein, bitte nicht Bitte nicht Ich versuche ihn abzumdenken, damit du wegfliegen kannst Was? Ja, komm zu mir Geh nur zum Schiff und flieg Ja, ich bin noch nicht so schnell mit diesem dummen Ding Komm, geh da hoch Echt jetzt? Entschuldigung Okay Jo, warum ist das Licht aus? Oh mein Gott, warum ist das? Boah Okay Nee, passt, oder? Okay, das Licht ist gerade ausgegangen Ich dachte, das Schiff ist kaputt Oh mein Gott, meine Nerven Ich kann das alles nicht mehr Ich kann das alles nicht mehr, Mama Ach du Scheiße Oh mein Gott, ey Let's go Oh Mann, ey Ich Es tut mir leid Ich bin mit dem Kastenbier die Klippe runtergerutscht Oh, kacke Hey, wir bekommen minus 40% wenn wir sterben, ne? Das wisst ihr Hä? Das ist wirklich dumm Ja, Credits, aber nicht wert Ah, okay Ja, gut Alles klar Jo, nächstes Ding, oder? Ich meine, wir haben noch einen Tag Ja, machen wir noch einen Mond Ja, auf jeden Fall Hau rein Macht noch einen Mond Aber ich brauche noch Ich brauche gleich noch einen Walkie-Talkie Ein Schmorki-Walki Ja, wir haben nur noch neun Credits Wir haben kein Geld mehr Mich hat der Riese gefressen Doch, wir können ja nur Walkie-Talks bestellen, oder? Wir haben nur noch neun Credits Wo sind die? Okay Okay, dann müssen wir es halt auf die altmodische Art und Weise versuchen, nicht wahr? Ja, ja, genau Was denn jetzt? Hast du was ausgesucht? Ja, zieh mal Ja, ja, ich hab was ausgesucht, ja Perfekt Dann lass mal gucken, wo wir landen Auf los geht's los Die Tür ist irgendwie kaputt Okay, also wartet mal Leute, also Außerhalb des Schiffes sind aktuell 12 Objekte mit einer Value von 853 zu finden Dann los Nice Was ist das jetzt hier wieder für ein Kackplanet? Äh, der sieht irgendwie anders aus Zumindest gewittert's nicht, ne? Ich hab ne Taschenlampe und hab ein Walkie-Talkie Das bringt mir ja auch nicht Ich frag mich eher, warum wir in letzter Zeit ständig diese dämlichen Riesen haben Äh, shit Vielleicht sollten wir uns auch mal drauf konzentrieren Das Außengebiet zu erkunden Da ist fast nie was Naja, also Da, ich hab ihn gefunden Haupteingang Folgt mir Hier über die Brücke Ne, nicht über die Brücke Schauerland Geh über die rechte Ich geh unten lang Schauerland, bitte geh über die rechte Brücke Kommt mal da rein Ich geh durch den Fire-Exit Kannst du da rein? Okay Schauerland? Schauerland? Okay, Schauerland ist, glaub ich, tot, oder? Kann das sein? Oh Mann, das ist hier nicht von Erfolg gekrönt, sag ich euch Hi Wo ist Schauerland? Ich hab Schauerland nicht mehr Ich weiß nicht, wo er ist Der wolltest du wandern eigentlich Ja, aber ich hab ihn dann nicht mehr gehört Und dann Glaubt, der ist tot schon Okay, hier ist Hier ist wieder der Sicherungskasten Ja, ich hab auch schon zwei Mach mal auf, mach es doch wieder an Lass es so Nein, das ist Das ist nicht gut Ne, das ist wirklich nicht gut Da hast du recht Oh, hier, guck mal Hier ist ein Storage Warst du hier schon drin? Warst du hier schon in dem Storage? Hey, ich hab ein Schild gefunden Ich hab ein Schild gefunden Oh ja, dann kannst du dich Kicher K.O. haben Oh, hier hinten ist ein Kasten Entschuldigung, hier ist ein Kasten Bier Da hinten Ja, ich komme Da Schauerland Hier unten Wer auch Ich hab ein Schild Ich auch Also ich hab die Hände voll, ne? Ich hab auch noch ein Schild Ich kann von mir aus zurückgehen Ich hab auch noch ein Schild Ich hab's inventar voll Warte, ich will erst mal gucken Da hinten Vorsicht, Vorsicht Maschinengewehr Maschinengewehr Oh, Mann Mach keinen Schabernack Schabernack? Okay, wo? Oh, hier ist schlecht Junge Lass das Wo ist denn Schauerland? Warum läufst du mir nach? Junge, weil ich die Hände voll hab Und sonst nichts mehr mitnehmen kann Ja, aber geh doch zurück zum Eingang Und tu das Ding hinlegen Leg das doch hoch Ich geh jetzt zurück zum Schiff und fliege Achso Wo gehst du überhaupt zurück? Ja, das ist die gute Frage Ich glaub hier lang, oder? Ich glaub Schauerland ist tot Das hört sich so an Meinst du? Ja, ich hab halt noch einen Schlüssel Wo gehst du hin? Meinst du, den das direkt zerledert? Warte mal, hier oben Was ist hier? Oh, warte Ich hab die Sicherung gekauft Ich hab nichts mehr Oh Was? Äh, komm mal hier hin Hier ist was Warte Wo denn? Hier, hier, hier Hier Ja, ja Ich bin nicht so schnell Ich bin langsam Komm Ich hab so viele Items Let's go Ja Was denn? Komm Hier ist was Ne, Taschenlampe ist aus Hier in der Ecke Hier in die Glocke Nimm die Mitte und dann haben wir ab jetzt Hier, Fire Exit Alright Kommen wir da hoch? Ja, wir können hinten aus dem Tal rausgehen Und da ist nichts, ja? Keine Ahnung Oh, Junge, ich bin so langsam Da sind Bienen, Bienen Geh rechts lang Ich bin so langsam Ja, ich auch Ist nicht schlimm Ist schon schlimm Meine Ja, hundertpro, ja Meine Eier tun weh Warum? Weil, weil alles so schwer ist Wegen der Glocke, die mir in der Hosentasche hängt Oh, wahrscheinlich Okay, wir bringen uns jetzt alles zum Schiff Und dann fliegen wir schön weg Wir haben garantiert den höchsten Value, den wir je hatten Besten Run aller Zeiten Ja, ich glaube auch Endlich werden wir reich Wer belastet, wenn Schauerland noch lebt und wir jetzt ohne ihn fliegen Ne, der lebt nicht mehr Irgendwas hat ihn erwischt und ich weiß nicht was Um wie viel Geld wollen wir wetten Wir fragen ihn gleich Weil er wieder lebt Ich meine, er hört es ja auch gerade Aber wie viel Geld wollen wir wetten, dass er in irgendein Abgruppe gefallen ist? Ja, brauchen wir nicht wetten Ich glaube auch, dass er irgendwo runtergefallen ist Weil ein Monster habe ich nicht gehört Er muss runtergefallen sein Ja, ist egal Aber hier kannst du auch hoch Schauerland hat Gleichgewichtsprobleme, glaube ich Jo, die Glocke ist so schwer Ich packe mein Leben nicht Oh Mann, jetzt komme ich hier gar nicht Warte kurz Okay, alright Warte Ich komme gerade nicht ins Schiff rein Bin zu schwer Soll ich es dir abnehmen? Nein, geht schon Okay Alles klar So Bing Alright Bing Bing Hast du alles? Mach die Tür zu Ja, ja, ja Abflug Flieg los den Eimer Abflug Abflug Hey, wir haben richtig gut Loot Ja Mann, das bleibt hier Die sind rich Und wir müssen nur noch durch Zeit Da, schau mal hier Monitoring, Schauerland Schau mal hier Guck mal Er ist nie Oder er ist doch an einem Monster gestorben Weiß ich nicht Ja, doch Vielleicht an einem Brecken Das kann sein Wir werden es gleich hören, die Story Ja Dann wird es uns erzählen Schauerland Hey Wie haben wir sterben? Ihr habt recht, ich bin in die Schlucht runtergefallen Echt, oder? Oh mein Gott Oh Junge, okay Musst mir jetzt Ja, company Musst mir jetzt noch geben, ja, ne? It's payday, baby Time to go Ah, war gut was dabei, ne? Ja Ja, doch Mein Inventar ist voll Ich kann mehr nicht tragen hier Ja, wir müssen halt ein paar Mal rein und raus Ja Sind wir schon da? Aber das wird sich gut lohnen Endlich sind wir auch mal rich Rich, rich So, erstmal alles hinbringen Und dann läuten wir für den Otto So, habt ihr alles? Dankeschön Okay Wer läutet? Warte, ich hab noch was Warte, ich hab noch was Ja, ja Warte, ich hab noch was Jetzt bin ich ja mal gespannt Oh ja, das ist die Remote, die ich gefunden habe Sehr nice, okay So So, weggehen Oh, Leute Oh, er ist böse Das ist so ein Riese Ich weiß nicht, wer ist denn das? Keine Ahnung Misslicher Tentakelboy Ja, weg ist es Wie viel? Wie viel? Werden wir gleich sehen Gleich in die Schule jetzt 337 Oh, wir sind die Kraft, ey Jo Oh my God, let's go Sehr nice Was geben wir als Credits? Wir sind die besten Looter Abfahrt So, da kann man mal sehen Da kann man mal sehen, dass man doch auf einem Planeten richtig was holen kann Ja Ja, war gut So, was So Jetzt haben wir als nächstes Wir haben 345 Credits und können uns Granaten holen Und ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge Ja, 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 genau Bei Letale Kompanie Nächste Quote ist dann jetzt wieder 250, ne? Ja, das kriegen wir aber hin Das kriegen wir hin Oh, Quote reached 26 Dollar 26 Nice Okay Alles klar, Leute In der nächsten Folge Bis zum nächsten Bis zum nächsten Bis zum nächsten Bis zum nächsten Und ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal